hallo willkommen zurück zu standard dieb ja wir haben jetzt immer noch nacht ja was tun wir denn hier noch ja ich würde sonst einfach sagen dass wir das feuer hier mal feuer sein lassen und vielleicht tatsächlich schon mal wieder zurück eiern das finde ich irgendwie am sinnvollsten dann verplempern wir nicht die ganze nacht wir können mich sowieso nichts mehr tragen außerdem wissen wir immer woher gekommen weil wir das licht noch schön sehen ja auch das sieht doch nett aus von weitem so ich hoffe die haie lassen uns jetzt hier auch in ruhe noch mal gucken was habe ich hier noch mal ist drin ja sieht gut aus ja ich würde auch sagen als nächstes mache ich einfach mal das oder brauche ich einfach mal das haus weiter dass wir dann auch eine schöne bausung haben und von dort aus uns auch ein bisschen umgucken können noch nach anderen inseln wird sowieso sagen dass wir erstmal nur die inseln erkunden die unsere herumliegen und nicht allzu weit weg gehen ich meine später müssen wir das irgendwann weil wir alle anderen inseln abgeholzt haben denn ich weiß um ehrlich zu sein nicht ob die palmen nachwachsen also wie soll das auch gehen weil so setzen oder so kriege ich da ja nicht raus alles kommt mit sicherheit noch ja ich hoffe das hat man jetzt gerade nicht gehört wahrscheinlich hat man es gehört das ist facebook ja ja da bin ich auch unter alika lp zu finden genauso auch wie hier also wer mag kann sich gerne entweder mein profil aber auch meine seite angucken beides ist gleich nur die seite ist halt alika lp zusammengeschrieben und alika lp auseinander geschrieben ist halt meine profilseite so da sehe ich schon was mal gucken nö unser feuerchen sieht man nicht mehr ist aber auch nicht so tragisch ja ich habe keinen unbrennigen drang nachzugucken was da los ist bei facebook ich tue es jetzt mal einfach nicht na um ehrlich zu sein gucke ich doch und zwar mit dem handy was fällt da nicht so ganz auf außer dass ich es halt sage aber ansonsten noch nicht so ich glaube ich lasse mein boot jetzt auf dieser seite hier liegen ja ok jetzt gehe ich hierhin zurück und werde da jetzt mal meine fünf steinchen aus leeren und die mal hier war doch irgendwo die feuerstelle da denn ich befürchte nämlich fast dass wir ich hatte da hinten ja noch ein paar sticks gelassen ich befürchte nämlich fast dass wir das bald alles brauchen werden so jetzt kann ich hier das ausleeren schubs und schubs und schubs dafür nehme ich mir den hammer und hole mir jetzt die sticks so und dann kann das rein theoretisch schon drüber ja jetzt bin ich voll egal so schnell wieder zurück was mache ich jetzt ach so jetzt wollte ich die ich glaube ich versuche jetzt mal was so schubs 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 ich bin so stolz auf mich dass ich das jetzt endlich geschafft habe so ja das ist doch echt schön eigentlich brauche ich dann auch nochmal also wenn das jetzt hier unsere unter schlupf hütte vorm regen wird dann gleich dann brauche ich dann auch noch mal ich rein theoretisch auch noch eine Hütte, wo ich das alles lager, weil man es halt ganz genau nehmen will. Okay, jetzt auch von draußen. Ja. Hm. Jetzt kann man doch irgendwie ein Dach machen. Wie ging denn das? Ich hab mir das... Jetzt piep ich schon wieder aus irgendeinem Grund. Nein, 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 den Hammer wollte ich nicht wegwerfen. Ich guck gleich mal nach, warum ich piepe. So, ich glaub, ich brauch noch mehr Sticks. Was essen sollte ich auf jeden Fall gleich? Ganz dringend. Ha. Mist. Äh. Nee, nicht wegwerfen. Äh, aufnehmen. So. Jetzt muss ich mir mal hier kurz die Dings klein kloppen. Also, Coconut. Drinkable. Drinkable. Nee, die kann ich nicht weiter zerkleinern. Hätte ja klappen können. Ah, okay. Fünf Pflege braucht eine Drinkable Coconut, um zu zwei Hälften zu werden. Alles klar. Das sieht jetzt aus wie so ein Klohäuschen. Muss ich ja mal jetzt wirklich sagen. Dazu der Insel können wir auch nochmal, die da hinten ist. Aber erst später. So, das ist auch schon wieder super. Und vielleicht sollte ich die andere Kokosnusshälfte auch noch quasi erschlagen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Perfekt. Äh, mit E. So. Naja, sieht das schon relativ gut aus. So, von der kommen wir denn? Nee, von welcher kommen wir denn? Wir kommen von der da, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, doch. Von der kommen wir. Die anderen sehen so dicht aus. Wieso? Och, Mann. Vielleicht sollte man jetzt zu der da. Ach ja. Alles so eine schwere Entscheidung, die man zu treffen hat. Och, nee, oh, nee, oh, nee. Schade. Ich habe gerade mal versucht, die Krebse... Ich will nämlich das jetzt mal so machen, so bauen. Kokosnuss, 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 Kokosnuss und noch mehr Kokosnüsse. Äh, äh, also ich glaube, verhungern fällt mir mittlerweile hier schwer. Jetzt, nachdem ich es endlich mal gecheckt habe, wie es funktioniert. Das sieht immer noch aus wie so ein Dixi-Klo. Ich weiß auch nicht. Okay, Campfire. Hm, was brauchte ich denn da noch? Ähm, Moment, ich brauche Steinchen. Das weiß ich noch. Jetzt muss ich erst mal mein, mein Futter beiseite legen. So, da die tot sind, werden die mir auch nicht wegschwimmen. So, mal gucken. Ich muss mich jetzt gerade mal anders hinsetzen. Oh, da sind zwei Haie. Wann ist zwei Haie? Das sah ein bisschen seltsam aus. Weg sind sie. Typisch. Na gut, dann, äh, was wollte ich jetzt? Ach ja, Steine. Ich glaube, fünf müssten auch gerade so passen. Äh. Funktioniert ja super. Okay, ähm, brauche ich bestimmt noch so ein paar Dingsbums, genau. Und so ein paar hiervon. Mit Sicherheit. So. Oder auch irgendwie nicht. Jetzt muss ich hier noch ein paar Steine aufnehmen. So. Irgendwie ging das doch. Ah, Fire Pit. Aha. Fire Pit? Was ist denn Fire... Was? Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Na. Ähm. Wie brutzel ich mir da jetzt was zu futtern? Och, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Es klappt. Es klappt. Ich glaube es ja nicht. Nein. Mist. So. Hehe. Perfekt. Bin so stolz auf mich. So. Das werfe ich denn da hin. Den kann ich den noch aufheben. Und den. Und den. Und das. Und das. Und das. Wenn es geht. So. Werfe ich das dorthin. Dorthin. Und das werfe ich dorthin. Und dann kann ich das aufheben. Und werfe das dorthin. Dann kann ich mir hier nämlich die anderen Krabben zurückholen. So. 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 Und so. Kann ich die da? Kann ich da? Und so? Hoppala. Nein. Menno. Okay. Also mehr draufstecken kann ich nicht. Schade. Das ist ein Hai. Nein. Heute gehen wir noch keine Haie töten. Nein. Nein. Ja. Ist doch schön hier. Also ich finde es schön. Ja gut. Nun könnte man das hier natürlich noch ausbauen. Ich denke mal das werden wir auch tun. Aber man will ja nicht mehr müthig sein. Immerhin haben wir jetzt schon sehr viel erreicht. Finde ich. Für den Anfang. So. Jetzt ducke ich mich. Beziehungsweise setze mich hin. Und warte bis das Essen fertig ist. Und ich würde dann einfach mal sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Bis dann.